Hallo Leute, hier ist wieder die Waldeckische Räubermeiser mit einem neuen Video für euch. Heute ist die besten Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr Langeweile habt. Nur für draußen. Ihr könntet auf euren Trampolin springen. Ihr könntet eure Eltern fragen, ob sie mit euch eine Ritterfestung bauen. Meine sieht jetzt nicht ganz gut aus, muss ich zugeben. Ihr könntet sie fragen, ob sie euch vielleicht mal an die Strickleiter lässt. Ihr könntet sie fragen, ob ihr rutschen dürft, ob ihr einen Bunker bauen dürft. Es geht nicht so spannend. Ihr könntet sie fragen, ob ihr ins Hochweg Sachen einpflanzen dürft. Ihr könntet fragen, ob ihr Nerf spielen dürft. Nerf spielen dürft. Ihr könntet fragen, ob ihr Sachen verbrennt. Ihr könntet fragen, ob ihr Amisen zuguckt, die ihr Fleisch gerade picken. Also, wenn ihr das dann mal hinlegt habt. Ihr könntet fragen, ob ihr in den Freizeitpark fahren könnt. Ihr könntet alles mögliche fragen. Das sind die besten Tipps. Ciao.